hey leute was geht ab und heute können wir endlich gegen battle pass in braav portnoch kaufen oh mein gott oh mein gott practice als und shin re algorithm die welt und 그러� wir uns über das nicht etwas die tägliche belohnung könnte gerade oben links sehen tatsächlich in dieser belohnung 150 wie bachst und die sonne wir einsammeln. Ich spiele ja mit Controller. Ey, warum geht das jetzt nicht? Muss ich das doch mit Maus und Tastatur machen? Dann sammeln wir einfach so mit ein. Da sind sie. Tägliche Belohnungen. Fortfahren. Und jetzt haben wir hier oben, wie ihr sehen könnt, über meiner, also hier ganz oben, 1050 V-Bucks. Sehr, sehr nice. Wir wechseln den Spielmodus. Gehen jetzt in Battle Royale und mal gucken, was uns erwarten. So, hier könnt ihr es nochmal sehen. Hier oben 1050 V-Bucks. Wir sind auf der Battle Pass Leiste. Also hier. Und dann das Battle Pass einfach holen. Battle Pass kaufen. Ging das so schnell oder was? Nee. Achso, hier, okay. Battle Pass kaufen, Kaufbestätigung. Und da haben wir ihn schon. So schnell ging es. Battle Pass freigeschaltet und ich weiß gar nicht, ob das einen Ton gegeben hat. Gab es einen Ton, Leute? Let's go, da ist er doch. Und wir kriegen direkt einen Skin. Shanta. Können wir ausrüsten. Let's go. Ich meine, als ich das letzte Mal einen Battle Pass gekauft habe, war das halt noch so normal. Wir haben jetzt 123 Sterne, wie ihr da oben auch wieder sehen könnt. Man kann jetzt einfach die Skins so kaufen, also nur das, was man kaufen will, wenn ich richtig verstanden habe. Und wir können nur ab Seite 3 holen, weil ich noch nicht mehr freigeschaltet habe. Also ich denke mal auf jeden Fall, den Skin, der wird sich schon mal gegönnt. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Man muss halten. Also, halten wir und dann kaufen wir ihn. Let's go. Haben wir hier auch noch einen, wie heißt denn der? Ron? Nee, Ronin. Ronin, let's go. Dann rüsten wir den aus. Der sieht nice aus mit den Tattoos. Wir könnten auch hier unten, wie ihr sehen könnt, einfordern für 35 Sterne gleich direkt alles kaufen. Aber so viel habe ich da nicht, um wirklich komplett alles zu kaufen. Deswegen kaufen wir uns direkt das nächste. Die V-Bucks können wir direkt auch mitnehmen natürlich. 100 V-Bucks. Ey, wir kriegen natürlich eh wahrscheinlich mehr raus, als wir reingesteckt haben. Das kann man natürlich auch mitnehmen. Also, let's go. Die Bronz-Szenen... Die sehen auch nice aus, die verzauberten Lebensdinger. Mega nice. Also, Battle passt, lohnt sich ja eigentlich eh schon sehr gut. Das können wir auch mitnehmen. Gutes Rückenaccessoire. Also, ich gönne mir jetzt erst mal das, was halt so am Start ist. Ist der gut, Leute, würd ich euch den kaufen? Ja, ich weiß nicht, ist das ganz okay, würde ich so sagen. Die V-Bucks nehmen wir natürlich immer mit. Die kann man immer gut gebrauchen. Die viel haben wir jetzt schon wieder. Wie viele V-Bucks? Wir haben 300 V-Bucks schon wieder. Und also, schon wieder ein bisschen was rausgeholt. Ah, den tanzen müssen wir auf jeden Fall holen. Der, der ist nice. Den können wir auch direkt ausrüsten. Da kann man erst mal so bisher noch nichts überragendes. Der Spider-Man-Scan sieht natürlich, finde ich, aus dem passt, oder der dunkle Spider-Man, am besten aus. Nehmen wir eins auch mit. Aua im Einfügen, weil... Oh, das müssen wir uns auch auf jeden Fall kaufen. Und zum Feier des Tages gehe ich mal in eine Runde Du, also random Du. Vielleicht finden wir noch einen süßen auf ganz süß und ich gucke mal, wie der Hase läuft und sehe mal, ob der gut ist. Ey, ich finde keinen... Ich gucke jetzt schon zehn Runden und guckt ihr euch an. Hier, ne? Niemand ist im Sprachkanal. Warum ist niemand drin? Die sind bestimmt über Discord, über Party. Ich habe keine Ahnung, über was die sind. Oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder verlassen, Junge. Ich will doch einfach nur eine Dua machen. Leute, wir sehen uns gleich. Ich gucke jetzt wirklich schon fünf Minuten oder so, nach einer gescheiten Dua-Runde. Aber bisher nur entweder, ähm... Ich hatte einen Franzosen drin, habe ich null verstanden. War versucht mit Englisch, aber ging auch nicht. Seht's euch an, Leute. Ich bin immer noch auf Suche. Ich bin... Ich nehme jetzt nochmal zehn Minuten wieder zehn Minuten später auf und die verlassen einfach. Die verlassen einfach. Junge, was ist das? Ich war... Ich sag irgendwie... Ja, komm. Ja, komm, Junge. Red doch mal ein bisschen und dann verlassen sie einfach. Junge, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. That's so crazy. Why can't speak anyone to me? I am so tired. So, letzter Versuch. Ich gehe jetzt nochmal einmal in Team. Einmal jetzt nochmal in Team. Ähm... Random Squad. Last, wirklich, last try. And when now nobody is there, who speaks German or something like this and have a good mic or something like this, I recruit the game and go in solo. I'm out, man. I don't care. Hier landen richtig viele. Ähm... Keiner hat ein richtig gutes Mikrofon. Die haben jetzt auch wieder kein Mikrofon. Also einer hat wohl sein Mic an, aber kann die sprechen. Deswegen war ich hier einfach eine Solo-Gang. Dann hat halt Hamm halt die Leute halt Pech gehabt und ging halt keine für 100 Euro. Oder... Oh, da hinten geht die Action ab. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt... Also ich hab einen Kill. Das müsste gleich gezählt werden. Ich mein... Ey, das war mein Kill. Ich hab keine Muni. Ey, mein Aim ist... geht, aber... Komm, du kommst mal mit hier, ey. Du kommst jetzt mal mit. Ich zeig dir mal, wie man richtig, äh... Naja, ey... Oh, ist ja noch jemand hier. Okay. Hat der noch Blue Life? Oh, der hat einen guten Loot. Der hatte einen guten Loot. Oh, der hatte so eine Krone. Der hatte eine Krone. Let's go. Sogar eine Krone hatte der. Oh, ich sehe gar nicht richtig meinen, äh... Mein Loot, weil ich hier noch mein Licht habe, das auch schon fast leer geht, weil ich halt die ganzen... Ich nehme halt schon gefühlt richtig lange auf, ne? Und... Ja. Jetzt haben wir zwar ein Team, das einigermaßen gut ist... Hey, da... Warum könnt ihr mir gar keinen Kill machen? Ja, okay, da sind wieder Gegner. Zone hat sich ein bisschen verkleinert und spielt grad nicht so gut mit uns, aber... Hier sind viele, viele Gegner, meine ich. Also vier Stück oder so. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Jetzt geht's... Jetzt geht's echt ins Endgame. Könnt mal gewinnen. Wäre möglich. Sehr schön. Oh. Und wo? Der... Der... Alter, der... Der... Der kam... Der ist so plötzlich bei uns gespawnt, Junge. Wir haben jetzt schon 17 Kills. Let's go. 17 Kills zusammen. Ich hab drei. Ist jetzt nicht so strong, meine drei Kills, aber trotzdem 17 Kills insgesamt. Und 17 Kills, da kann man nicht meckern eigentlich. Klar, die Gegner... Muss man natürlich auch dazu sagen. Waren natürlich nicht die besten, aber trotzdem 17 Kills. Das ist Tatsache. Das ist Fakt. So. Wo sind denn jetzt die letzten... Okay, es leben noch 20 Stück in dieser... Also mit uns. Also 17 Stück mit uns sind's. Okay, okay, ich hab' verstanden. Okay, jetzt... Oh, jetzt sterben ein paar. Ja. Jetzt wird's echt... Jetzt wird's echt kritisch ein bisschen. Oh, jetzt Clear. Oh, jetzt geht's순. Oh? Okay. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider haben wir kein Random Squad gefunden. Und ich wette auch wahrscheinlich das. Guck mal, wir haben jetzt eine Aufnahme von 50 Minuten. Ich werde das wahrscheinlich auf, keine Ahnung, 9 Minuten runtercutten. Mal sehen, wie viel. Ich habe so viel gesucht. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ciao, 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 ciao.